Hallo und herzlich willkommen liebe Eishockey-Fans hier bei Timeout, den Torwärtskanal der Roten Teufel Bad Nauheim mit der Spitzenpartie in der Eishockey-Oberliga West am Sonntag, 16. Januar 2011. E.C. Bad Nauheim gegen den EHC Dortmund. Die neue Lichtanlage im Köln-Nachstatt und sie feierte Premiere für gut 2000 Zuschauern zu diesem Spiel des Zweiten gegen den Ersten. Die Roten Teufel mit Markus Keller im Tor. Sie hätten bei einem Sieg auf drei Punkte rankommen können an die Elche und dementsprechend war natürlich auch die Stimmung und die Motivation im Stadion völlig greifbar. Wir hören mal hier auf die Bank rein. Da wird sich angefeuert. Auf geht's. Auch auf Englisch natürlich. Let's go. Ferd Carroll sagt nochmal, so Jungs, so steht ihr, wie wir es abgesprochen haben und dann ging es los in diesem ersten Abschnitt. Die Roten Teufel soweit komplett angetreten zu diesem Spitzenspiel. Dortmund hatte sich ja zuletzt auch mit zwei Spielern noch verstärkt. Also die Voraussetzungen waren bestens hier im Köln-Nachstatt und die Roten Teufel versuchten gleich zu Beginn, wie man es erwarten konnte, ein frühes Tor zu erzielen. Sie waren bemüht in den ersten zwei, drei Spielminuten, aber das war symptomatisch für das Spiel der Dortmunder. Da war immer wieder Einschläger dazwischen und dann gleich diese Szene, dritte Minute. Schlechter Pass von Christian Franz. Er versucht auszubügeln und da ein Pass aus spitzen Winkel. Kevin Tau, dritte Minute. Sicht noch versperrt für Markus Keller. 0 zu 1 Führung für die Gäste aus Westfalen. Ja, ein Nackenschlag für die Gastgeber, die jetzt diesem Treffer hinterherlaufen mussten. Vielleicht noch ein bisschen mehr den Druck erhöhen mussten. Dennis Cardona nur ein paar Sekunden später und Boris Ackers mit seiner ersten Glanztat an diesem Abend. Der Ex-Teufel hielt seinem Team die Führung. Eine Riesenmöglichkeit für die Kurstädter. Und auch in der nächsten Situation Ackers mit dem Schoner zur Stelle. Also da war gleich richtig Pfeffer drin in diesem Spiel, das ein hohes Tempo hatte. Viel Zug zum Tor von beiden Mannschaften. Die Gastgeber vielleicht mit ein bisschen mehr Spielanteilen, aber das war ja auch zu erwarten zu Hause. Mussten sie das Spiel einfach machen. Sie wollten hier drei Punkte einfahren, wollten verkürzen und die ersten zwei Strafminuten in der Partie. Und sofort wurde es auch richtig hitzig. Und danach gab es sogar zweimal zwei Minuten. Sondermann draußen bei den Elchen und auch Manuel Neumann. Fünf gegen drei Powerplay, also zwei Minuten lang für die Gastgeber. Und da zeigte Boris Ackers schon wieder, dass er natürlich einer der besten Goalies in der Liga ist. Und ausgerechnet gegen Markus Keller natürlich das Duell. Da wollte er zeigen gegen seinen letztjährigen Backup, den dann hier verdrängt aufgrund einer Verletzung in Bad Nauheim. Dass er es natürlich drauf hatte noch. Markus Keller wurde dann mal gefordert. Dortmund mit Konter. Das war auch zu erwarten ohnehin das ganze Spiel. Wenn Bad Nauheim die Partie machen würde, nach vorne spielen würde, auf Fehler warten. Und dann Kontern und dann dieser Schuss von Jan Barter. 17. Minute. Der erwartete Boris Ackers wohl einen Pass an die blaue Linie. Stattdessen ein Drehschuss. Und zur Überraschung aller das Ding im Netz. Wunderschönes Tor. Aus Sicht der Rotteufel genau richtig. 1 zu 1 nach 17 Spielminuten. Also aber gleich nächste Szene. Nicht ganz eine Minute später diese Situation. 3 gegen 2 Flachschuss. Und wieder Tor. Hörtler macht es. Er hatte alle Optionen. Konnte nach links oder rechts passen. Und Markus Keller. Was blieb ihm an? Ist übrig. Er musste einfach abwarten. Versuchen zu reagieren. Konnte er nicht mehr. Flachschuss unter die Schoner durch. Wieder die Führung für Dortmund. Exakt 54 Sekunden nach dem Ausgleich. Ja, Konstellation bei den Roten Teufeln, die dann auch ihrerseits eine Strafe hinnehmen mussten. Dennis Cardona. 19. Minute Powerplay jetzt für Dortmund. Kurz vor der ersten Sirene. Markus Keller gefordert. Die Scheibe kommt einfach nicht raus. Jetzt von Pivo Vacek. Aber gleich die nächste Angriffswelle der Elche. Langer Pass. Da passt Oliver Bernhard nicht auf. Schuss. Und 3 zu 1. Schweiger der Torschütze nach diesem Pass von Kreuzmann. Bei 19.19 exakt. Also drei Tore jetzt für Dortmund. Und die Elche kassierten aber ihrerseits noch zweimal zwei Minuten kurz vor der ersten Drittelpause. Das war auch das einzig Gute, was man mitnehmen konnte. Dass man mit 5 gegen 3 Powerplay in den zweiten Abschnitt starten konnte. 3 zu 1 Rückstand. Zwei Tore. Ja, das war natürlich schon eine Hypothek. Und jetzt versuchte man zumindest den Anschlusstreffer zu erzielen in diesem doppelten Überzahlspiel. Aber man musste sich sogar noch diesem Konter entgegensehen. Hörkler prüft hier. Markus Keller souverän vom Schlussmann gelöst. Aber das war natürlich bei 3 gegen 5 eine Szene, die man überhaupt nicht braucht. Das wäre vielleicht sogar schon die Vorentscheidung gewesen. Das vierte Tor für Dortmund. Stattdessen jetzt wieder die Bad Nauhammer. Versuchte es aus allen Lagen. Und Manuel Weibler endlich. 22. Minute der Anschlusstreffer in Überzahl für den EC. Und jetzt sah das doch auf der Anzeigentafel schon wieder ein bisschen positiver aus. Und das gab auch richtig Auftrieb für die Gastgeber, die hinten nur das eine oder andere Mal in diesem zweiten Abschnitt gefordert wurden. Und dann war da ja Markus Keller ganz souverän. Gar kein Problem. Aber die Roten Teufel ihrerseits viel mehr vor dem Tor von Boris Ackers. Viel mehr Spielanteile in diesen zweiten 20 Minuten. Aber da hinten mit Boris Ackers eine Wand, die man nur sehr schwer überwinden konnte. Da waren so 10 Minuten circa in diesem zweiten Abschnitt um die 30. Minute herum, als die Hausherren so richtig am Drücker waren. Auch den Ausgleich, aber irgendwie immer ein Schläger, ein Schlittschuh oder Boris Ackers dazwischen. Es war einfach kein Durchkommen. Auch hier Manuel Weibler im Slot stehend. Und nächster Schuss und immer wieder, Boris Ackers, hat er jetzt die Hartgummi-Scheibe sicher. Das war ein furioses Match und auch Fred Carroll schüttelt so ein bisschen den Kopf, sagt, Mensch, das gibt's doch nicht. Da muss doch mal einmal das Hartgummi durchgehen. Nächste Szene, Christian Franz, Pfosten und prallt noch von Boris Ackers hinten. Aber er hat sie dann sicher und gleich wieder Kreuzmann im Gefecht mit Alex Alten. Matthias Baldi ist noch dazu. Und Boris Ackers zeigt an oder will hier irgendwie noch etwas fordern vom Schiedsrichter. Aber der machte es gut. Schließlich der Lenhardt hatte die Situation allesamt sehr gut im Griff. Kam eigentlich mit Strafzeiten aus, die notwendig waren. Ein anderer Schiedsrichter, der vielleicht noch viel mehr gepfiffen, denn da war natürlich Pfeffer drin in diesem Match, in dem die Roten Teufel unbedingt den Ausgleich wollten. Aber dieser Fehler von Lenniger, selten mal gesehen. Und da muss Boris Ackers, Entschuldigung, natürlich der Markus Keller, der Boris Ackerstein, letztes Jahr auf der Seite, muss er ausbügeln hinten. Aber das war natürlich zu erwarten, wenn man hinten ist, muss man den Druck weiter erhöhen und die Fehler gleich im Konter. Das war Dortmunds Stärke an diesem Abend, dass sie gleich die Fehler auch ausnutzen. So wie hier möglicherweise Glück gehabt. Nach diesem Break von Zierolkowski musste wieder Markus Keller mit dem Schoner hin. Das vierte Tor wäre wohl die Vorentscheidung. So mochte man meinen an diesem Abend. Dortmund sehr stark, laufstark vor allen Dingen. Badenauheim standen hinten sehr sicher, souverän. Und Badenauheim war weiterhin bemüht. Dennis Cardona mit diesem Schuss knapp vorbei. War auch so ein bisschen das Manko bei den Roten Teufeln, dass die Schüsse, die aufs Tor kamen, leider auch sehr oft daneben gingen. Und diese Szene an der Bande, die Scheibe verloren von Alex Baum. Das darf nicht passieren. Darauf lauerten die Elche natürlich. Wollten das vierte Tor so erzielen. Badenauheim so ein bisschen jetzt mit der Brechstange. Dennis Cardona noch einmal. Gleich in der nächsten Szene wieder ähnlich. Badenauheim im Vorwärtsgang. Drehschuss. Von Karl Pipowacek. Knapp vorbeigegangen. Nächste Situation. Eigentlich könnte Badenauheim hier klären. An der Bande verlieren sie jetzt die Scheibe. Und sofort der Schuss auf das Tor von Sven Breiter. Oder ist es passiert? 4 zu 2 für die Elche. 46. Minute. Groß der Jubel. Denn da wusste man wohl schon innerlich, ja, das ist ein ganz wichtiges Tor. Fred Carroll wohl auch. Seine Miene abzulesen. Jetzt wird es ganz schwer, zwei Toren hinterher zu laufen. Nur noch 14 Minuten zu spielen. Dortmund stand hinten sicher, wie gesagt. Hat Neuer versucht, aber noch einmal alles. Das war ihnen hoch anzurechnen, dass sie sich überhaupt nicht aufgaben. Warum auch? Die Scheibe lief sehr ansehnlich, aber das kleine Quäntchen Glück, das fehlte einfach. Und diese zwei, drei Fehler, die man vorne machte, die führten dann zu Gegentoren. Und dann auch diese Situation. Groß Acker ist möglicherweise mit dem Schläger ein bisschen getroffen in der Szene. Gleich wieder gibt es natürlich dann auch Aufregung vor seinem Kasten mit den Verteidigern, die ihren Torhüter schützen wollen. Nächste Szene ebenso. Bad Nauheim war weiter am Drücker. Hier. Boris Acker ist nochmal zur Stelle. Scheibe immer noch im Dortmunder Abwehrdrittel. Wir wussten natürlich, dass Bad Nauheim das Spielgeschehen immer weiter nach vorne verlagern würde. Und diese Szene, die meinte ich da, am Helm getroffen mit dem Schläger. Sofort die Verteidiger da. Das ist natürlich nicht unbedingt notwendig, aber gehört irgendwie auch so ein bisschen dazu. Und diese beiden Mannschaften, das haben wir auch schon öfters gesehen, da ist doch sehr viel Zünder drin. Auch beim letzten Spiel, als Markus Köpel in Dortmund eine Spielstrafe erhielt. Also, das gehört auch so ein bisschen dazu. Und für die 2000 Fans im Stadion war es dann auch ein richtiges Spitzenspiel mit allem, was man halt so kennt vom Eishockey. Ja, Bad Nauheim nochmal mit Tobi Schwab. Knapp vorbeigeschossen. Man hatte wirklich das Gefühl, man könnte noch 10 Minuten spielen. Overtime oder was auch immer so richtig gefährlich wurde. Ist dann ja nicht mehr vor Boris Acker ist vielleicht noch diese Situation von Karl Pivovacic. Und 4 Sekunden war das aber schon vor dem Ende. Boris Acker ist im Tennis-Panieraufschlag von unten. Da erhielt er 10 Strafenluten für. War auch nicht unbedingt notwendig. Sei es drum, 4 zu 2 gewinnen die Dortmunder Elche. Nicht unverdient. Aufgrund der cleveren Spielweise die Fehler des Gegners eiskalt ausgenutzt. Bad Nauheim zwar mehr Spielanteile, aber einfach die Hütte vorne nicht gemacht. Und so freuten sich also die Elche verdientermaßen. Können die Führung auf die Rundteufel auf 9 Zähler ausbauen. Aber noch ist die Saison nicht vorbei. 11 Spiele sind es noch. Alles ist möglich. Die Gegner nehmen sich noch die Punkte ab. Und die Roten Teufel mit dem nächsten Heimspiel gegen Hamm am 21. Januar. Da sehen wir uns auch hier bei Timeout wieder mit dieser Partie und mit dem Video. Wir verabschieden uns. Schaut wieder rein. Kommt zum Heimspiel gegen Hamm. Wir freuen uns. Bis dahin. Macht's gut. Und Tschüss. Tschüss.